Diese Bilder sind nichts für schwache Nerven. High Jump and Flyer beim Trampolin in mehr als 3000 Meter Höhe für den hawaiianischen Stuntman und Influencer Jay Alvarez und drei seiner Freunde offensichtlich eine ihrer leichtesten Übungen. Das elastische Sportgerät hängt an langen Seilen unter einem Heißluftballon. Weit über den Wolken, wo die Freiheit bekanntermaßen grenzenlos ist, noch schnell eine kleine Trainingseinheit Fußball und dann, statt ins kühle Nass, nichts wie ab in die Tiefe. Die Zeit vergeht da oben wie im Fluge und vor dem Sturz ins Leere braucht keine Angst zu haben, denn der wird am Ende von einem Fallschirm gebremst. Aber trotzdem, das muss man sich erstmal trauen.